Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei Dialog. Mein Name ist Larissa Zitzner. Diese Sendung können Sie sich jeden Monat ansehen. Die Gäste des Dialogs sind Musiker, Künstler, Wissenschaftler. Heute ist zu Gast bei TIDE Pianistin Marina Vassilieva. Marina, ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Danke, ich freue mich auch. Marina, erzählen Sie bitte von Ihrer Kindheit, von Anfang Ihrer musikalischen Karriere. Wer hat Ihr musikalisches Talent unterstützt und gefördert? Als Kind, fünfjähriges Kind, habe ich ein Geschenk bekommen, ein Spielzeugklavier. Damals war das mechanisches Klavier mit echter Mechanik. Und als kleines Kind, Vorschulkind, habe ich probiert, Melodien zu spielen, verschiedene Kinderlieder, die ich kannte. Und das hat gut funktioniert. Ich habe sofort passende Töne gefunden. Und Mama dachte, das wäre Radio. Aber das war ich. Und im Kindergarten, Erzieher haben das auch mein Talent bemerkt und haben gesagt, meinen Eltern, dass ich unbedingt zur Musikschule gehen muss und da Musik studieren. Und so ist Musik zu meinem Beruf geworden. Ich habe als Kind einfach so gemacht, in Musikschule gelernt, Musikkollege gelernt und gleichzeitig normale Schule sozusagen besucht. Und nach der Schule war College, Musikcollege und nach College war Konservatorium. Und die ganze Zeit hat meine Mama mich unterstützt und Papa. Und Sie sind in Kaliningrad geboren, aber Sie lebten die ganze Zeit in Kiew, ja? Und Sie wurden ins Konservatorium aufgenommen, ja? Im Jahre 19... 89. Also ich bin in Kaliningrad geboren, aber ich erinnere mich nicht an diese Zeiten. Ich war ein ganz kleines Baby, als wir nach Kiew umgezogen sind. Und bewusst kenne ich nur Kiew als meine Heimat. Und Marina, erinnern Sie sich an die Lehrer, die in ihrem Leben eine große Bedeutung, die eine große Rolle spielten? Ja, natürlich. Meine Klavierlehrerin aus der Musikschule, das ist Susanna Konstantino Nasarchi. Sie lebt jetzt in Israel und ich bin mit ihr in Kontakt immer noch. Und ich freue mich, dass ich sie Jahre später gefunden habe, bei einer Internetseite. Und wir schreiben einander und schicken ihr alle meine neuen Videos. Und sie freut sich... Und errichtete Sie Klavier? Sie, das war meine Klavierlehrerin, meine erste Klavierlehrerin, die praktisch Basisgrundlagen beigebracht hat. Die benutze ich manchmal immer noch. Nicht manchmal, natürlich benutze ich weiter bis jetzt. Und noch ein Lehrer war Palekow Alekha Leodorowitsch. Der hat Kompositionen beigebracht und Jazzmusik. Mir als Kind, als ich noch Schülerin war, in der Kindermusikschule, hat diese Lehrer mir sozusagen andere Kenntnisse beigebracht. Meine Klavierlehrerin war für Klassik zuständig und Palekow war für Komposition und Jazz zuständig. Marine, im Jahre 1986 passierte eine riesengroße Katastrophe. Und zwar Atomreaktor am Atomkraftwerk in Tschernobyl explodierte. Hat diese Katastrophe Ihr Leben beeinflusst oder nicht besonders? Nicht wirklich. Also das war der erste Jahrgang im College. Es war am 26. April, glaube ich. Und ich musste ganz schnell extern alle Prüfungen bestehen. Und ganz schnell nach Russland zu meiner Oma fliehen. Fliehen, flüchten? Ja, fliehen. Genau. Und damit wir diese Luft nicht atmen. Und später natürlich, am Herbst, waren wir alle zurück. Und wir müssen bestimmte Sachen machen, zum Beispiel mit Flucht und Tuch, alles sehr oft abwischen und solche Sachen. Weil Kiew befindet sich nicht so weit von Tschernobyl. Und zwar 93 Kilometer, ja. Und es ist ziemlich nah. Aber die ganze Bevölkerung blieb sowieso dort. Ja, es war keine andere Wahl damals. Marina, Sie waren schon im Konservatorium. Das ist das Konservatorium in Kiew. wurde im Jahre 1913 gegründet. Es ist schon vor 100 Jahren und hat viele gute Traditionen und berühmte Pianisten, solche wie Wladimir Horowitz und Nigauss absolvierten dieses Konservatorium. Jetzt ist es eine nationale Akademie, so heißt dieses Konservatorium. Erzählen Sie bitte, Marina, wie war die Atmosphäre im Konservatorium damals, als Sie dort studierten? Also 1989, da kam Perestroika. Ja, gerade das. Und 1991, das war Ende der Sowjetunion. Also ich habe studiert, gerade an diesen schweren Zeiten, Übergang von einer Epoche zu der anderen. Und ich habe das natürlich alles erlebt. Ja, das waren stürmische Zeiten. Aber ich denke, es war mehr schon Freiheit in der Luft. Das war bestimmt mehr Freiheit in der Luft. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen, aber ich wusste, dass in Zentrale Maidan damals schon, 1991, waren verschiedene Leute, die ganz tagsüber standen da und etwas besprochen. Ich war nie drinnen zwischen unter diesen Leuten und nicht gehört, was sie da besprochen haben. Aber damals waren schon diese Tendenzen, sprechen über Unabhängigkeit der Ukraine und solche Sachen. Und genau, ich war, wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich interessiert für alle diese Themen. Aber die Luft der Frache gab es überall. Und ich persönlich, ich kann sagen, ich habe mich gefreut, als Sowjetunion zu Ende war. Ja, das verstehe ich. Das vielleicht waren, also viele sehr froh darauf. Und welche Musik war für Sie ein Magnet, als Sie im Konservatorium studierten? War es klassische Musik oder waren es auch andere Arten der Musik damals? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe immer klassische Musik gelernt seit Kindheit und über College im Konservatorium immer weitergemacht. Klassische Musik war für mich Basis immer. Und ich habe das sehr gerne studiert und sehr viele Stunden geübt und geübt und geübt. Aber seit Kindheit war für mich auch interessant so kleine Kunstbühnenmusik. Also eher Poprichtung, was anderes, nicht nur Klassik. Und ich habe, wie gesagt, immer lebenslang verschiedene Lieder, die ich in der Radio hörte oder bei Bienen damals, diese alten Rekorde. Ich habe irgendwelche Lieder vom Fernsehen aufgenommen und dann rausgehört. Ich habe versucht nachzuspielen, das, was ich gehört habe, obwohl keine Noten, damals gab es keine Noten. Und diese Richtung, diese Poprichtung hat mich immer interessiert und später Gestrick-Richtung. Und damit war ich auch viel beschäftigt, als ich Studentin im Konservatorium war, bei KWN. So kann man übersetzen als Club der Lustigen. Sechs Jahre habe ich mit KWN verbracht. Und da war die Möglichkeit, das alles zu verbessern. Das war beim Versehen alles, ja. Es war also so ein, nicht ein Spiel, sondern ein Show, ja. Eine Show, ja. Und an dieser Show nahmen viele Teams, ja. Es waren Studententeams damals. Das waren Studententeams, ja. Und das war für mich auch die Möglichkeit, ein bisschen aus den musikalischen Kreisen rauszukommen. Zum Beispiel, ich habe mit Kiewer Universität zusammengearbeitet, mit dem Team von Kiewer Universität und mit dem Team von Technischen Universität in Kiew. Und das waren ganz andere Leute, ganz andere Studenten, sehr große Schauspieler und total witzige Leute. Und das war total unglaubliche Unterhaltung immer. Und was haben Sie dort gemacht? Natürlich Unterhaltung, aber als Musikerin, welche Aufgaben hatten Sie? Ich habe Musik organisiert. Ich habe Lieder gespielt. Natürlich habe ich das alles rausgehört von Aufnahmen. Arrangiert vielleicht auch? Arrangiert mit so einem Synthesizer. Und da habe ich gelernt, Arrangement zu machen. Und auch Begleitung bei Szenen bei der Bühne. Ich saß hinter der Bühne und Leute haben Dialoge gesprochen und ich habe das begleitet. Verschiedene Punkte. Tadam! Oder irgendwie so. Ich habe das musikalisch dekoriert. Ja, und Marina, wenn wir noch einen kleinen Sprung machen und zu Ihrem Leben im Konservatorium zurückkehren. Wie war die musikalische Atmosphäre damals? Wurde nur klassische Musik dort studiert und war im Zentrum des Unterrichts? Oder waren es schon andere Richtungen erschienen vielleicht, welche früher verboten waren? Hat sich etwas verändert beim Unterricht oder beim musikalischen Alltag von Studenten? Beim Unterricht habe ich nicht wirklich bemerkt, dass etwas anderes geworden ist. Konservatorium ist sehr konservativ. Ähnliche Wörter. Immer, ja? Nicht immer, aber fast immer. Diese gesellschaftlichen Änderungen haben nicht wirklich den Studentenablauf geändert. Aber außer Auditorien, außer Klassen passierten ganz viele Sachen. Ich habe da viele interessante Leute kennengelernt. Das war eine Formation der Musiker mit Liedern, mit Frontmen. Er heisst Igor Liesow, mit ihm bin ich immer weiter in Kontakt. Und damals, als wir 19 waren, haben wir einander kennengelernt und zusammen Musik gemacht. Und die Formation... War es wie ein Club oder Band? Das war eine Band. Das war eine Band mit akustischen Instrumenten, also mit Klavier, Fagot, Go-O-Boy, Geige und solche Sachen. In vielen Ländern, in den USA, Deutschland und Frankreich existieren schon viele Jahre solche Bands von verschiedenen Richtungen. Aber in Moskau und Leningrad auch und jetzt in Kiew auch, ja? Ja, in den 90er Jahren. Und genau... Also es war ein reges Leben dort. War es dort interessant, ja? Für die Studenten? Ich war froh, dass ich bei dieser Band mitmachen durfte, weil ich habe sehr viel gelernt als Musiker, musikalisch gesehen und geistlich gesehen. Weil gerade diese Gespräche, diese Unterhaltung zwischen diesen Studenten hat auf mich gewirkt. Ja, das hat auf mich gewirkt. Und bis jetzt bin ich so eine Person, weil ich mit 19 diese Formation kannte. Also so nicht unterschätzend. Und die Band hieß Takarishim, das heißt auf Russisch, auf Deutsch kann ich das übersetzen. Wir entscheiden... So entscheiden wir das. So war der Name von unserer Band. Marina, waren Sie auch als Pädagoge in Kiew tätig? Ich war nicht als Pädagoge, ich war Pianistin, bei uns heißt das Konzertmeister, in der Zirkusakademie, in der Klasse für Popsänger. Ja. Und das war nach dem Abschluss des Konservatoriums, das war meine Richtung, kleine Kunstbühne. Und so vier Jahre habe ich in diesem College gearbeitet. Und war es dort interessant für Sie, dort zu arbeiten? Das war unglaublich interessant. Unglaublich. Ich habe viele Vorschläge gemacht für Repertoire für Studenten. Zum Beispiel als Vokalise haben wir Jazz-Etüden genommen von Schmitz. Diese Jazz-Melodien waren erst mal für Klavier ausgedacht, aber ich habe das für Stimme übertragen. Und Studentinnen haben diese Jazz-Etüden, das Übungen, technische Übungen gelernt. Das war absolut das Hammer. So, vielleicht mit Begeisterung. Ja, und dann natürlich Romanzen. Wir haben auch viel klassische Musik gesungen, außer Pop-Lieder. Und ja, genau, das war eine sehr spannende Zeit. Marina, und jetzt sagen Sie mir bitte, wie meinen Sie, welche Entscheidung in Ihrem Leben halten Sie für die, also für am meisten wichtige Entscheidung? Ich glaube, Umzug nach Westen. Umzug nach? Nach Deutschland. Nach Deutschland, ja. Also das war für Sie entscheidend, ja. Marina, Sie sind im Jahre 2002 nach Deutschland gekommen und waren zuerst in einem kleinen Dorf, ja? Ja. Aber nicht so lange, ja? Ein Jahr. Ein Jahr, ja. Und seitdem leben Sie in Hamburg. In Hamburg. Und wie meinen Sie, ist jetzt, nach so vielen Jahren, nun nicht so vielen, sondern, aber schon, also ziemlich viele Jahre, wohnen Sie in der schönen Stadt Hamburg. Wie ist Hamburg für Sie? Ist es bis jetzt eine fremde Stadt oder liegt es nahe Ihrem Herzen? Das liegt nahe meinem Herzen. Ja. Mein Hamburg ist schon für mich zur zweiten Heimat geworden. Ich kenne die Stadt ziemlich gut, ich habe sogar Führungen gemacht für Landsleute. Und das, ich finde, ich liebe Hamburg und jetzt sage ich das und ich wundere mich, dass ich das sage, weil ich, als ich entschieden habe, nach Deutschland zu ziehen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich woanders leben kann, außer meine Heimat Kiew. Meine Heimat Kiew ist eine sehr schöne Stadt, war mein Haus. Und Niepar und Architektur und Kirchen, alles. Das ist wirklich mein Haus. Die Straßen waren Flüren in meiner Wohnung. Die Häuser waren Zimmer in meiner Wohnung. Das ist so im übertragenen Sinne. Ich kannte meine Stadt sehr gut und sehr viel zu Fuß gegangen, ganz im mittleren Teil, ganz in der Altstadt. Das war nur zu Fuß, stundenlang spazieren gegangen mit Freunden. Hamburg hat eine schöne Architektur. Ich habe nicht studiert, ganze Freundschaft ist da. Also immer noch, ich halte Kontakt immer noch mit meinen Studentenkameraden und all meinen Freunden. Und jetzt, nach 17 Jahren in Hamburg, in Deutschland, in Hamburg, kann ich schon sagen, dass Hamburg ist meine zweite Heimat. Und als Sie nach Deutschland kamen, hatten Sie Deutschkenntnisse oder nicht? Nein. Fast nichts, ja? Ja, ich habe drei Monate einen Privatunterricht genommen, bei einer Lehrerin in Kiew, bevor ich hierher gekommen bin. Aber ich konnte nicht sprechen. Ich hatte ein kleines Vokabular, so 500 Wörter ungefähr. Das habe ich in Kiew gelernt, bevor ich gezogen bin. Aber sprechen konnte ich nicht. Aber jetzt sprechen Sie. Marina, wie verlief Ihr musikalisches Leben hier in Hamburg? Ich verstehe, dass das klassische Reperteur für Sie in erster Linie immer stand, im Programm immer stand. Aber ich habe solchen Eindruck bekommen. Also ich möchte Sie so fragen. Versuchen Sie mit der Aufführung von Crossover-Musik den Weg zu sich selbst zu finden? Ja, das ist eine interessante Frage. Aber warum atmen Sie so schwer? Die beiden sind für mich wichtig. Klassik und Crossover-Musik. Also Musik außer Klassik. Musik, die verschiedene Musikrichtungen, die vielleicht miteinander überkreuzen und dann ergibt sich etwas Neues. Das hat mich immer interessiert. Noch als Studentin im Konservatorium wollte ich eine Arbeit schreiben über die Interpretation von Emerson, Lake & Palmer von Bildern der Ausstellung von Mussorgsky. Es gab so eine Schallplatte und ich habe die Arbeit nie geschrieben, aber schon damit beschäftigt, diese verschiedenen Musikrichtungen, Interpretationen. Letztendlich habe ich eine Arbeit geschrieben, eine andere. Eine sehr schöne klassische Musik natürlich. Also Bilder von der Ausstellung. Und was wollten Sie in dieser Arbeit als Schwerpunkt darstellen? Also die Verbindung dieser Musik mit irgendeiner Mischung, mit irgendeinem anderen Genre? Ich wollte, meine Idee war, dass diese alte Musik schon so modern war damals, dass Leute, zeitgenössische Musiker haben viele Motive gefunden, die sie jetzt benutzen können und in Rockmusik interpretieren. Also ich wollte sagen, dass Musik von Mussorgsky war sehr progressiv damals. Letztendlich habe ich eine andere Arbeit geschrieben, musikalische, stilistische Richtungen in Musik von Stravinsky. Also ich habe mich immer interessiert für diese Kreuzungen, ja? Das ist nicht nur Klassik und nicht nur Jazz, sondern das, was zusammen sich ergeben kann. Naja, viele sehr bekannte Musiker, zum Beispiel David Garret hat ein neues Album jetzt veröffentlicht und dort sind nicht nur bekannte klassische Werke, sondern auch Crossovermusik. Und er bestätigt immer, das ist nicht wegen der kommerziellen Gründe, weil Massengeschmack mehr also sich dem, der Crossovermusik nähert, sondern um die Schichten, die von der Kultur etwas fern sind, zur Kultur, also für sie Kultur näher zu machen. Also man kann verschiedene Dinge schreiben und denken, aber ich denke, dass alles, dass in unserem Jahrhundert sich vieles verändert. Marina, auf welches Konzert bereiten Sie sich jetzt? Ja, welche Pläne haben Sie? Welche Projekte? Mein nächstes Konzert wird am 24. Februar in Pinienberg. Ich spiele mit einem großen Künstler, einem Balalaika-Spieler, Alexander Papierny. Ja, er war auch hier bei Cine und spielte sehr schön Balalaika. Ja. Und Sie spielen mit ihm zusammen? Ich spiele mit ihm zusammen seit ein paar Jahren. Wir hatten nicht so viele Auftritte und ich freue mich auf jeden Auftritt mit Alexander. Das ist ein anderes Thema, wie kriegt man Auftritte in Hamburg. Aber jetzt lassen wir das lieber weg. Auf jeden Fall am 24. im Pinienberger Rathaus wird ein traditionelles Solo-Konzert von Papierny gewidmet an seinem Geburtstag. Das macht er jedes Jahr. Und jedes Jahr spielen verschiedene Musiker mit, sehr gute Musiker. Und dieses Jahr ich. Und Sie werden also an diesem schönen Konzert teilnehmen. Ja. Marina, Sie haben schon einige Projekte ausgearbeitet, die die Folklormusik betreffen. Und zwar die Folklormusik von Lemke, dieses Karpaten-Volk. Das ist ein Volk, eine Ethnogruppe. Lemke, das ist eine Ethnogruppe. Ich kannte dieses Wort, aber nicht wirklich diese Kultur und diese Musik und diese Sprache. Lemke haben ein, wir können sagen, das ist Dialekt von ukrainischer Sprache, aber die Lemke selber sagen, das ist ihre eigene Sprache. Klar, haben Sie recht. Können Sie so meinen. Und über Lemke hat mir erzählt eine Philologin aus Ternopel, Natalia Kostiak. Sie hat ein paar Bücher mit Liedern von diesem Lemke. Die haben Folkloristen gesammelt und aufgeschrieben. Und ich habe die Lieder sortiert und mit meiner Partnerin Katharina Ostrowska. Wir haben Lieder ausgewählt, die wir dachten, wir können das gut mit Jazzmusik bearbeiten. Sie ist Sängerin, ja? Sie ist Sängerin, sie singt und trommelt. Sie trommelt ein Bucholo, das ist ein altes ukrainisches Volksinstrument. Und daraus haben wir ein ukrainisches Programm gemacht, in Jazzbearbeitung, genau gesagt in einer eigenen Bearbeitung. Weil da gibt es nicht nur Jazz-stilistische Richtungen, sondern auch Pop. Und viele Improvisationen einfach, die kann man nicht unbedingt Jazz-Improvisationen nennen. Das sind einfach musikalische Ideen, die ganz spontan rauskommen. Also es scheint mir, es wird ein schönes Projekt sein. Und da können Sie noch ein wenig, weil leider wir schon nicht so Zeit haben, von Ihrem neuen Projekt mit Elektromusik oder sowas, mit diesen Elementen. Was für ein Projekt ist das? Also ein bisschen Vorgeschichte, als ich noch ein bisschen, oder soll ich kürzer? Ja, etwas kürzer, weil wir haben nicht so viel Zeit. Kurz und knackig. Ganz ein wenig, ja. Also ich hatte schon lange eine Idee, klassische Musik irgendwie interpretieren mit modernen Rhythmen. Und das, jetzt realisiere ich diese Idee. Ich habe Musiker gefunden, das ist noch ein ungeborenes Kind. Ich werde nicht viel erzählen, aber die Idee ist, klassische Musik mit modernen Samples und Klänge verbinden und Rhythmen. Jetzt ist es auch sehr modern, ja. Das muss etwas sehr Interessantes werden. Also da, ich hoffe, dass dieses Projekt sehr erfolgreich sein wird. Marina, Sie haben einen kleinen Sohn. Möchten Sie, dass Ihr Sohn auch ein Musiker wird? Also das wird mich freuen, weil ich bin eine ehrgeizige Mutter. Aber letztendlich, ich verstehe, ich bin nicht, ich habe kein Recht, meinen Sohn etwas zu diktieren. Wenn er zum Beispiel Marina-Offizier werden will oder sonst was, dann wird mich das auch freuen. Er interessiert sich für Klavier jetzt nicht wirklich, er ist sechs und ich sehe, dass, also mit fünf habe ich schon Lieder gespielt, ja. Ich merke den Unterschied, vielleicht kommt das später, wenn ja, dann freue ich mich. Momentan malte er. Aber wenn er sagt, Mutti, weißt du, ich möchte doch Musiker werden, da vielleicht also werden Sie mit ihm auch einverstanden, weil Sie sind Pianistin, Ihr Ehemann ist auch Musiker und in den musikalen Familien ist es so oft, dass die Kinder doch den Beruf der Eltern auch ausüben wollen. Aber die Zukunft zeigt, ja, wie es sein wird. Es ist schade, dass in Hamburg nicht so viele Möglichkeiten sind für die Entwicklung der musikalischen Talente, also von Kindern. Aber in Berlin gibt es zum Beispiel ein sehr schönes, spezielles Internat, das mit der Hochschule verbunden ist, in Weimar auch, in Dresden auch. Es gibt spezielle Schulen, in Hamburg auch, ja, aber nicht auf jedem Schritt und Tritt, so kann man sagen. Nun, Marina, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg im musikalischen Leben und also in Ihrem Leben überhaupt. Liebe Zuschauer, bei uns zu Gast war Pianistin Marina Vassiliva. Mit euch war Larissa Zitziner. Ich danke Ihnen für das Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen.